hallo und willkommen zum neuen demo donnerstag wir spielen heute blow the snow wir werden also schneeflug spielen und irgendwie muss ich das doch ein bisschen hier runternehmen spielen huch da ist unser schneeflug bsad wir müssen mit dem motor anmachen senken sie die schaufel mit b so räumen sie den schnee weg das ist das kugel auf geht's so wie das ding hat sogar ein turbo ja ich denke mal unten links das ist irgendwie mehr oder weniger die schadensanzeige dass wir hier nichts kaputt machen das ist das passende spiel für diese heiße jahreszeit ich glaube hier muss ich um die lang naja hier liegt ja ganz schön viel schnee herzlichen glückwunsch du kannst auch weiter fliegen wenn du möchtest ja kommt da lag noch so viel schnee da müssen wir noch mal lang mit unglaublichen fünf km h dumm dünm 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 sorry soja schön noch mal langheizen wui oh sehr schön ja alles weg ist auch noch was jetzt bin ich zufrieden belohnung 100 dollar fahrzeug schaden 5 ich glaube wir sind in unserer werkstatt hebe den benzinkanister auf ich glaube wir müssen nachfüllen gehen sie zur betankungsansicht linke maustaste da ist doch der tank stutzen immer rein da wir müssen wahrscheinlich auch noch eine achte und die tankanzeige ist ja lustig schön reinschütten bis die karte voll ist kann man noch mal gas geben hier so tank ist voll wechsel die räder reparatur ansicht e muss ich jetzt jedes rad einzeln machen hebe neuen reifen auf ich ahne es halt fest keine schraube vergessen hier benutze den computer da mit fluffern wollen wir arbeiten das ist hier unser aber hier wollen wir doch gerade machen wir das mal schnell noch mal motor starten ich muss die schaufel senken dann müssen wir nochmal an den computer gehen und gucken ob wir eine andere ansicht haben noch also für eine andere karte oder sowas aber das ist witzig das spiel wo soll man schnee schieben bei zwanzig grad sommer temperatur draußen auch über zwanzig grad hier ist der große berg schnee herzlichen glückwunsch ich glaube auf jeden fall noch mal geld fortfahren kann sein dass es eine art endlosschleife ist dass ich hier ach doch hier ist doch noch der park ich möchte im park spielen so schaufeln da unten weil parkdienst ist auch wichtig was noch interessant ach hier unten sehen wir jetzt auch dass das eine rad ist ein bisschen gelb das ist wahrscheinlich einfach ein bisschen kaputt gemacht von mir ich glaube ich sollte einfach zurückfahren das ist glaube ich sicher war als hier zu wenden das macht nur alles kaputt machen wir mal hier lang dünn 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 aber ich muss sagen die musik ist leicht nervig einmal im kreis irgendwie kann mein nach dieser einmessung mein tank schon wieder leer sein oder fast leer sein ich glaube ich bleibe gleich stehen oh gott steigt steigen sie aus nehmen sie die schaufel und räumen sie den schnee unter den bänken weg oh gott also das ist ja quasi nicht nur schnee schieben fahren sondern man muss ja sogar noch per hand was machen da kann man wahrscheinlich auch wer ganz viel langeweile hat einfach das ganze level per hand machen das ist ja verrückt dünn 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 rum rum vermutlich gibt es später auch schneeschieber mit größeren tank und sowas dünn 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 so ich kann es noch nicht beenden aber was ich lustig finde das ding fährt trotzdem noch obwohl der tank leer ist das finde ich sehr gut das ist eine ganz schön große parkeinlage hier nochmal im kreis hier noch ein bisschen was weg machen naja langsam wird es doch wenn ich die richtig interpretiere da oben die anzeige haben wir jetzt ungefähr die hälfte geschafft vom park hier können wir noch ein bisschen in die ecken rein da hinten kann man ja auch noch hinfahren dünn 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 schieb 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 kann ich hier vorsichtig drehen ja komm ich kann jetzt überdrehen das funktioniert einwandfrei jetzt können wir hier lang oder ist ja noch ein brunnen das ist ja eine eine wirklich riesengroße parkanlage und die anzeige kommt da irgendwie gar nicht so richtig voran da oben so hier nochmal ein bisschen engeren radius fahren ja ich weiß ich fahr grad mein auto zu schrott hier und da ist noch ein brunnen ne hier waren wir ok und irgendwie wird die musik immer lauter finde ich nicht gut rum 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 also für kinder auf jeden fall ein lustiges spielchen okay so viel kann man glaub ich schon mal sagen dünn 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 schieb So, kommen wir hier noch ein bisschen an die Kante? Ja, da kommen wir noch ein bisschen an die Kante. Jetzt müssten wir hier wieder aussteigen wahrscheinlich und per Hand, ja. Und was hast du am Abend gemacht? Stundenlang Schnee geschippt im Mai. Garage. Das ist so ein Geduldsspiel. Aber ich glaube, wir haben das System verstanden. Ist der hier ein bisschen kaputt? Ist der hier ein bisschen schräg von meiner Fahrweise? Ja. Ich glaube, das war auch die Demo in Gänze. Man hat die zwei Parks, die man machen kann. Man lernt ein bisschen was über das Spiel. Hier gibt es dann die ganzen anderen Modelle noch zur Verfügung. Hier gibt es dann ganz viele verschiedene Levels. Ja. Ich glaube, viel mehr gibt es in diesem Spiel auch nicht zu sagen. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Demodonnerstag, besser gesagt. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.